Liebe Überlingerinnen und Überlinger, ich wende mich heute ganz persönlich an Sie. Als ich vor einer Woche in den Kurssaal kam, um die Ergebnisse dieser OB-Wahl entgegenzunehmen, war ich fassungslos über das Ergebnis. Ich habe seitdem sehr viele Gespräche mit Bürgern geführt. Ich habe E-Mails von ihnen erhalten mit der Begründung, warum sie mir dieses Mal nicht das Vertrauen ausgesprochen haben. Das Ergebnis ist, dass es nicht an der guten Bilanz lag, die in den letzten acht Jahren geleistet wurde. Es lag nicht an den Ergebnissen, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Zu Beginn meiner Amtszeit habe ich ganz viele Projekte angestoßen und gleichzeitig auch angegangen. Im Strudel dieser vielen Projekte ist mir vielleicht auch aus dem Blickfeld geraten, Sie wahrzunehmen, Ihnen zuzuhören und Ihre Nöte und Sorgen auch gebührend zur Kenntnis zu nehmen. Ich bedauere es außerordentlich, dass ich Ihnen in dieser Amtszeit nicht die Oberbürgermeisterin sein konnte, die Sie sich gewünscht haben, die zuhört und die sich Zeit nehmen kann für Sie. Im Strudel der Ereignisse, der vielen Vorhaben, die wir in unserer Stadt gemeinsam vorangetrieben haben, habe ich es nicht immer geschafft, Sie wahrzunehmen oder Ihnen zuzuhören. Auch wenn in der Zukunft die Projekte nicht weniger werden, die Vorhaben und die Sachlagen nicht einfacher, so ist es mir ein ganz persönliches Anliegen, an meinen Schwächen zu arbeiten. Sie haben mich in den vergangenen acht Jahren kennengelernt. Sie kennen meine Stärken, aber auch meine Schwächen. Das ist Ihr Vorteil, aber für mich nicht ganz einfach. Ich werde mein Bestes geben und an mir arbeiten, damit es für uns in Überlingen gut weitergeht. Deshalb bitte ich Sie, unterstützen Sie mich am 27. November mit Ihrer Stimme. Herzlichen Dank.